Musik 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 So, es ist ein bisschen vor, es ist noch eine Nachtkennation. Wir haben noch diesen Kossmager oder ähnliches besiege ich nicht mehr an, der wird auch eher Leucht sein, deutlich tiefer als der Elemente Posto. Wo auf Level 36 war. Ähm, ich vermute, dass das Gebiet war. Ich vermute, dass wir das schon lange machen können. Aber es war für mich. So, dass wir das erste Mal machen können. So, so machen wir es. So. Vielen Dank. Das war hier, wir kommen auf Folgen, da kann man uns ja direkt an den Rapporten. So, bleiben wir. Was ist das? Hurry! Nein, da müssen wir... Da oben habe ich noch sonst immer etwas wertvolles, dass die Leute da oben gefangen sind. Aber sonst, da muss wieder etwas anderes sein. Jawohl. Gut. Du musst... Mach hier doch mal griffen. Jetzt. Ja. 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 Hey! ... ... ... ... ... ... ... Und dann lasst du dich eigentlich sehr beschwingt. Ah, das ist wahrscheinlich gerade hier im Wasser. Können wir das dann noch mal machen? Wenn wir dann mehr verfahren, kommt das fast so aus. Damit das hier nicht weg ist. Wahrscheinlich so etwas wie den ersten Low-Level Boss in der Welt zu ziehen. Endlich so einer, den wir besiegt haben. Ja, von dem her können wir die andere Welt zurückkehren, wenn wir so wollen. Ähm, aber wir haben jetzt nicht spezifisch direkt eine Mission in Aussicht. Das könnte man eigentlich eher zuerst noch anschauen. Dann könnte man hier, wo jedenfalls etwas anfällt. Wobei wir könnten diese Ursprungs-Mission, Welt-Mission beendet. Vielleicht machen wir das erst. Dann gehen wir hier in die Stadt. Dann müsste ich noch ändert sein. Dann könnten wir uns noch das... Ähm... Wir haben es... Nacht... Ja, die... Besorgen. Dann muss die Mission beenden. Ähm... Aber es ist halt ein wenig unmerkig, dass nachher die ganze Zeit offen zu halten. Also, eine andere Händler. Nee, Fertig. Fertig, Fertig. Was soll ich versuchen? Ja, das wird jetzt mehr so spezifisch in der Nacht geholfen. What's the hurry? What's the hurry? Ja. 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 Alltags wurden gefeiert. Ah, wie relaxant. Ja. 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 Let me see. Ich hab auch zum Gehen. Ich dachte, ich kann es weitergehen. Das war's für heute. 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 Und jetzt. Okay. Und dann kannst du andere und anderen bemerken. Okay. Also kannst du doch anderen sind. Okay, add in real quick. Das könnte... Das könnte mich mal ausrecken. Ich habe es schon wieder da zu verlassen. Wir werden alles wieder aufmelden und aufhören. Was ist das Ding zu tun? Untertitelung des ZDF, 2020 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 ZDF, 2020